Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Five Nights at Freddy's. Wir sind zurück und die gruseligen Sachen gehen weiter. Ich, oh, wir sind, ja. Ach, ich werde jetzt erstmal die genüsslich anschauen, bis das erste Schwarzbild kommt. Ich habe das schon einmal nachts probiert aufzunehmen, ihr seht jetzt das Tag. Aber nachts bin ich so unkonzentriert, weil ich so viel Schiss habe, dass ich, glaube ich, die Nacht nicht schaffen kann. Fick dich. Fick dich, Mute Call habe ich auch entdeckt. Weil der Typ einen, beim ersten und zweiten Mal geht einem nicht auf den Sack, aber nach dem dritten Mal versuchen, innerhalb von zehn Minuten geht einem auf den Sack. Nein. Auch immer noch dunkel. Okay, der Hase ist weg. Da ist der Hase. Hier sind die. Das check ich auch. Jetzt hinhören. Gut, hinhören. Wenn drei EM steht und es sind 50 Prozent, ist es ganz gut. Hase ist da. Hühnchen ist weg. Hühnchen ist da. Okay. Hase. Okay. Okay, Hase ist on the way. Hühnchen ist da. Okay. 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 Oh, Hühnchen ist weg. Wo ist das Hühnchen? Da ist das Hühnchen. Der Hase ist immer noch da. Hühnchen ist da. Okay. Da ist wieder ein bisschen Power Conserven. Hühnchen. Ich sehe den Hasen nicht. Wo ist der Hase? Okay, Hühnchen ist on the way. Hase ist da. Okay. Pirate Cove. Stage. Und wieder die beiden. Sie sind schon recht nahe. Ich sollte vielleicht am Anfang längere Zeit nicht in die Cam schauen. Okay, jetzt kurz warten. Power Conserven. Du bist noch da. Du bist auch noch da. Gut. Warten. Du bist da. Du bist da. Pirate Cove checken. Ja. Schaut nicht schlecht aus momentan. Du bist da. Hase ist da. Pirate Cove checken. Strategie. Das. Oh. Hühnchen ist immer noch da. Warten. Hühnchen checken. Oh, scheiße. Kurz Hühnchen checken. Checken, ob der noch da ist. Immer noch da. Schatten. Den Schatten, den man hier sieht. Der ist der Indikator. Hühnchen ist noch da. Oh. Vielleicht mal Pirate Cove checken. Oh, ich glaube, ich habe was gehört. Ja, ich habe Bewegungsgeräusche gehört. Oh. Okay, Freddy ist noch da. Nen ist da. Bonnie ist da, aber... nicht hier da. Shit, powermäßig. Oh Gott. Wo ist das Hühnchen? Hühnchen steht genau vor meiner Tür. Immer noch. Er ist immer noch da. Hühnchen steht genau vor meiner Tür. Solange es da steht. Kurz mal aufchecken. Okay, okay. Solange das Hühnchen da ist. Der Typ hat sich wegbewegt. Okay. Hühnchen ist da. Wo ist der Hase? Der Hase ist da. Hühnchen ist immer noch da. Der Hase ist auf 1b. Das Hühnchen ist da. Achso, scheiße. Ich habe die Tür nicht aufgemacht. Fuck. Hühnchen ist da. Hase ist da. Pirate Cove Check. Kurz. Power konserven. Hühnchen. Hase. Pirate Cove. Und Hühnchen. Ich glaube kaum, dass der Hase so schnell bei mir sein kann. Okay. Hühnchen ist immer noch da. Wo ist der Hase? Oh, schnell. Hühnchen ist da. Wo ist der Hase? Ist der scheiß Hase? Oh, Friede schaut mich an. Wo ist der Hase? Wo ist der Hase? Shit. Das ist jetzt schlecht. Wo ist der Hase? Scheiße. Oh, nein. Okay, das ist jetzt schlecht. Ist das Hühnchen weg? Ja. Wo ist das Hühnchen? Okay, Hühnchen ist da. Hase ist weg. Okay. Schnell Pirate Cove checken. Wo ist der Hase? Hase? Hallo? Hase? Nein. Ganz schlecht. Wo ist das Hühnchen? Hase ist da. 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 Hühnchen. Sag nicht, es kann auch von links kommen. Ich glaube es nicht, aber Scheißdummdumm Oh fuck Oh fuck das Huhn Nein Dreck Okay Also entweder ich bin tot oder Shit, ich bin tot Fuck, okay Diesmal setze ich die Kopfhörer gleich ab Oder? Du Wixbär, du mieser kleiner Wixbär Geh auf sechs, ich hoffe ich kann den überhaupt noch so gewinnen Oh fuck So Du Dreckstbär Was hast du mir zu sagen? Arschgesicht Ich bin gefickt Ich bin gefickt Ich bin gefickt Oh Gott, mein Holz Bin ein bisschen krank Leck mich am Sack Das war jetzt nicht nice Das war jetzt nicht nice Shit Ficken Okay Das ist nicht gut so Verdammt Ich dachte tagsüber ist es besser Weil ich mich besser konzentrieren kann Aber Gut Weißt du was ich jetzt mache? Ich warte mal Erst einmal so gut Eine halbe Minute Bis ich überhaupt mal auf die Kameras schaue Vielleicht Bewegen sich sie ja noch nicht am Anfang Und so durch kann ich gut Strom sparen Warum kann ich den Ventilator eigentlich nicht ausmachen? Damit ich mehr Strom sparen Das ist jetzt schlecht Also ich glaube jetzt habe ich mich verschissen Oder? Okay, der Anruf kommt nicht Okay Ich sollte übrigens mal das probieren Nein Okay, jetzt sind noch alle da Erst Mal ein bisschen warten Und dann schauen Wenn Nicht mehr alle da sind Erst wirklich starten Mit dem Prozedere Vielleicht ist das eine gute Lösung Oh, Bonnie ist out Okay, Bonnie ist schon da Halt, Kopf checken Bonnie ist da Ich sehe ihn, ja Stage Chica ist weg Und Freddy schaut mich an Wo ist Chica? Okay, folgende Idee Jetzt mal Gewinnen Strategie Pirate Cove Linkes Licht Oder rechtes Licht Pirate Cove Linkes Licht Rechtes Licht Pirate Cove Probieren wir das mal so ein bisschen Das sollte eigentlich so halbwegs funktionieren Oh Bonnie in der Nähe Chica nicht in der Nähe Chica ist das Huhn übrigens Habe ich vielleicht nicht so wirklich gut erklärt Die Sache ist, ich kann auch rechts auf meinen zweiten Bildschirm rauswechseln Und das ist scheiße, wenn ich nach rechts gucken will Habe ich nicht so weit nach rechts gehen Okay Ich bin mir nicht sicher Vielleicht check ich Pirate Cove zu häufig Wenn Chica irgendwo wäre Gut, Chica ist hinten Bonnie ist da Okay, Bonnie ist gerade der größere Die größere Gefahr Da schaue ich mal ein bisschen auf ihn Bonnie ist da Chica ist auch noch da Habe ich Kopf checken Sobald Bonnie nicht mehr da ist Sofort Licht anmachen Und eventuell Türe schließen Oh shit Okay, er ist weg Chica auch Oh, Chica, Chica ist weg Shit Ich weiß nicht, warum ich genau Pirate Cove checken soll Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, wichtig Weil der Typ am Telefon hat das So stark emphasiert Also so stark ange... Nein Vielleicht auch hin und wieder auf Freddy schauen Dieses scheiß Dam, Dam, Dam Ganz ehrlich Ficken Immer diese Bewegungsgerasche Das war jetzt nur mal zur Auflockung der Stimmung Oh, das wird knapp mit der Power Vor allen Dingen, wenn wir irgendwann die Türen schließen müssen Oh, nein, warum, ich will doch nicht da Ich will auf Pirate Cove schauen Da war dieser goldene Teddy Bear Dieser goldene Die goldene Version von Freddy Der im ersten Part Den mir Den mich nicht er... Hallo Hi Du bist brav Du komisches, fuchsartiges Ding Kleiner Fuchs Momentan schaut's mit dem Power ganz gut aus Es ist 3M Nein Oh, warum Was, warum Jetzt mal ein bisschen durchschauen Pirate Cove Okay Chica ist woanders Bonnie Wo ist Bonnie Ist Bonnie immer noch vor meiner Tür Nein Okay Okay Dass lange Chica da ist Muss ich nicht Licht verschwenden Oh, jetzt ist Bonnie da Okay Weil die ist auch noch da Drecksfuchs Wenn du dich verpissst Dann schließe ich am besten die linke Tür Weil ich weiß Dieser Fuchs Kann Ärger machen Und er kann enorm schnell sein Das hat mir ein Kumpel verraten Vielleicht ist es nicht das Beste Wenn man... Oh, Freddy schaut mich an Warum schaut Freddy mich an Okay, Bonnie ist auch wieder weg Oh, fick mich Fuchs Und die beiden Türen Und Fuchs Und die beiden Türen Links schon Und Fuchs Irgendwann werde ich mich so erschrecken Sobald ich die Kamera runter mache Das wette ich mit euch Oh Nein, mach es doch zu Holy Shit Okay, ich kann vielleicht sogar die Power So ein bisschen auskosten Wobei eigentlich nicht Okay Bonnie Chica Fuchsbert Ich nenne dich jetzt Fuchsbert Egal wie du echt heißt Ich nenne dich Fuchsbert Holy Shit Ich könnte es schaffen Theoretisch Okay Ganz ehrlich, bitte Sieben Prozent Ach kommt schon Bitte Es muss sechs Uhr werden Es muss doch endlich sechs Uhr werden Fuck you Spiel Komm Yes We dance and sing Egal Puh Ja Dritte Nacht am Arsch Am Arsch Dritte Nacht Am Arsch Dritte Nacht Die Folge ist lang genug Am Arsch Fick dich Dritte Nacht Okay Diese Strategie scheint zu funktionieren Ich hab einfach mal das Spiel geschlossen War so dumm und hab das Spiel geschlossen Egal Wir sehen uns Wieder Oh Gott Also wir sehen uns im nächsten Part wieder Bei Five Nights at Freddy's Bis dahin sage ich Tschüss Leute Bis dahin sage ich